Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Xylia. Im letzten Part haben wir das erste Kapitel abgeschlossen, denke ich mal, sonst hätten wir nicht zwischenspeichern können, und sind in eine Szene geworfen worden, von der wir noch nichts gesehen haben. Hier beginnt auch der Zeitpunkt, an dem Tales of Xylia ein Wochenprojekt geworden ist, also willkommen zu den vier Parts in Folge. Mit dieser Szene. Ich sehe die junge Frau zu ihren Chambern. Sie ist wirklich entschuldig. Was erwartet? Als ob sie durchgebracht wurden und in die Präsenz war nicht entschuldig genug. Sie hat auch gelernt, dass ihr Bruder auch sterben. Sie hat wahrscheinlich gehört von Klein's Fähigkeit, als sie verabschiedet hat. Sie ist unglaublich seltsam, given die Situation. Jude, wie ist Mila? Da ist jemand neugierig, aber natürlich... ...hoffentlich, Jude, sagst du ihr das. Sie war froh, jemanden mit medizinischen Expertise nahe zu haben. Und deine Heilungsdienste waren ein echtes Wunsch. Sie haben die Hämorrhagung verhindert. Das freut einen noch zu hören. Sie hat eine große Kraft verloren. Diese nächsten Stunden werden sehr wichtig sein. Bitte, schau mal ein wenig, alle. Ich werde sie gut geholfen. Sie müssen nicht mehr auf die Karte sein. Sie müssen nicht gut geholfen, Doktor? Sie haben hier die Spiritart verwendet. Sie müssen sich sehr verletzt. Jetzt, warte mal ein bisschen. Ich kann das gleiche von dir sagen. Der junge Mann kann das anhalten. Bitte, Doktor, hier. Alles wird okay? Mila wird sterben? Zum Glück hat er gerade eine Brille aufgenommen. Der Blick war nicht freundlich. Gute Nacht. gute Ein Junge. Und darin lebt sie auch. Und wir warten und sie ließ uns auf dem rightigen Derby. Und schläft subscribe Und Jude sitzt aber im Bett zum Gaylord, oder? Nein. Dadurch verlassen sie sich aber bei paths hin einzoldaten Warum, nicht gleich daneben an Jude, das sofort! Genau. Seufs ruhig. Weiche meine Frage aus. Oh, there you are. Thank goodness. Now we can thank Mila for the jailbreak. Yes. Where's Alvin? I'm not really sure now that you mention it. Entweder schläft er oder er ist wieder abgehauen mit Brieftaube oder erklärt irgendwas anderes. I'll go find him. Oh, man. Hör auf. Come on. Wo bist du verdammt nochmal, Alvin? Du kannst nicht immer abhauen. Du musst dich schon so verdammt oft nochmal deinen verdammten Arsch wieder zur Gruppe bewegen. Also wirklich. Wo bist du? Wo bist du? Du musst hier doch irgendwo in der Stadt sein, oder? Ich hoffe, es meint weder hier oder noch ein Gebiet. Es sieht aus wie noch ein Gebiet. Oh, man. Wenn er da nicht ist... Äh... What? Komm schon. Sei hier. Äh... Alvin? Where are you? Ich denke mal nicht, dass es irgendwo... Außerhalb... Von... Wo wo Alvin hin ist. Wow! Du kannst nicht dran vorbeigehen, weil da einer mit einer Bank oder Sofa... Wobei es auch noch im Sofa saß nicht aus... Steht. Okay. Können wir was Neues eintauschen? Wir haben jetzt neue Rahmen Schwarze Federn. Mal sehen. Mal sehen. Wo wir uns alles einmal holen können. Dann muss ich nämlich nicht in Erinnerung haben. Was hab ich jetzt schon gekauft und was muss ich noch kaufen? Hier im Inn waren wir noch nicht. Auf einmal spawnen Leute links von mir. Oh mein Gott. Natürlich war er hier drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey, have you ever heard what folks call this city? No, not really. The city of hails and farewells. Oh ha. It's a waypoint for travelers. They stock up on supplies here before heading out. And people returning from a journey unload the surplus goods here. I couldn't have picked a better place. What do you mean? Wofür? Um uns Schiss zu sagen oder was? The woman I was chatting with. She's my new employer. Huh? You're Bailey? Why risk my life to accomplish someone else's suicide run? That's no way for a mercenary to make a living. Aber Elvin. Aber Elvin. Mila's just trying to complete her mission. What about my mission? Any idea what it might be? What? How should I know? I don't know either. Does anybody? How many people do you know have a mission in life? One they're willing to risk their lives for? What's your mission, kid? I just want to help Mila. That's all. Fine. Nothing wrong with that. You could help her too. I'll swing by to say goodbye before you all leave. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Die komische Frau ist nicht da. Ich wollte mit ihr reden. Egal. City of Hales and Farewells. Huh. Ja. Da kannst du ja Abschied zu der Frau sagen, Elvin. Ja. Aber nicht zu uns. Ja. Mein Gott. Noch eine Szene. Was kommt jetzt? Äh. Ein Fenstersocken. Ach du Scheiße. Ist da gerade wer aus dem Fenster abgehauen oder ist da wer reingekommen? Oder beides? Mila ist weg, ne? Sie ist weg. Sie ist weg. Sag's doch gleich! Es gibt etwas, was ich dir erzählen sollte. Äh. Was? Es kann nicht sein. Was? Äh. Was? Was hat er jetzt... Leute! Konversation! Please! Sie kann nicht mehr gehen. Sie kann nicht mehr gehen. Ja. No tingling. No pain. No anything. Warum musstest du auch straight einfach durch diese komischen Fluchfesseln gehen? Dingsbums. Jude. Where's my sword? Don't be ridiculous. You have to rest. I have rested long enough. I must get to Fenmont. You're still going on about your mission? That's all over now. Don't you get it? What gives you the right to make that decision? You can't walk anymore. You can't fight anymore. You can't fight anymore. Äh. I don't know. Decision? Don't be stubborn. There is no choice here. You don't have any strength left. You can't even walk, let alone wield a sword. You have to accept reality. Jude. Do you remember the people of Hamil? What is this with them? Huh? They were forced into a situation they didn't choose. And they didn't have the strength to fight against it. Well, yeah. Maybe things would have turned out differently for them if they were stronger. So what is strength exactly? Is it something you wield to fend off attackers? Is it something you use to control the four great spirits? Is it something that lets you walk on your own two legs? It's none of those things. Not real strength. You just won't give up, will you? I can't give up. My mission won't let me. I must keep moving forward. Even if your body won't move at all? That's who I am. Oh, good morning. Oh, nice to cover the tone. Is something on your mind? It's just that... A long time ago, my father healed a patient who had lost the use of his legs. Really? Yes, really. So I was thinking, we could visit my hometown, La Ronde. What changed? You were so determined to hold me back yesterday. Go home today. No matter if you took care of the people, You don't have to stay with a friend. You're welcome, stay with me. You're so lucky to be the one. I know the sixth character will be... ...a kind of friend. You just don't have to go there. And I know... You're welcome. Hey, we've got tons of stuff. You're welcome. You're welcome. Und, äh, ja. Farben, neuen Charakter und Miller wieder. Mein Gott. Ja. Danke. Ich bin in deinen Handeln. Genau. Wir können Leronde durch den Boot. Also gehen wir nach Sapstrath-Seahaven. Ich will. Du hast meine Gratitude. Und du hast meine Hoffnung für eine volle Recovers. Das heißt, wir sind wieder nur mit Miller und Jude zusammen unterwegs und nur Jude und Elise können kämpfen. Boah, das wird ein Spaß. Das heißt, er wird nicht mitkommen. Ich habe aber noch nicht... Ich habe aber noch nicht Jude. Hat sie in Rowan. Nein. Dracel's Leben ist jetzt sehr beschäftigt. Sie wird deine Gelegenheit brauchen.